guck mal das passiert wenn ich nichts drück er will immer nach links gehen er will immer nach links geht ich verstehe es nicht wenn man gerade eine bühne gehört immer nach links gehen was ist denn das ich verstehe es nicht wir konnten da sowieso keine intaktion jetzt kann ich wieder normal gehen alter ich hatte gerade richtig eben sowas von kurzen schock weil ich dachte was ist das da sind sie ja alle big joel ist das der da links wer kommt da jetzt noch das scheint wohl dieser big joel zu sein der wagen sieht nicht gerade so stabil aus dieser hänge hinten drauf sollte komfortabler gemacht werden so at this point i'm like whatever dude just give me more booze you know yeah i don't bullshit you some gutter punk jump you're not listening to anything i say are you what yes i'm so so mich ist mit Sonderling. Wer zu dem dreckigen Hippie? Ich fühle mich frei wie ein Außenseiter. Was ist das denn für ein Arschloch? Und weißt du was? Er war wieder auf seinem secret Zap-Phone dieses Morgen. Er spricht Rumänisch und so. Oh nein. Hier kommt er. Er ist Agent 420 und er hat eine License für Cook. Alles klar. Bigfoot. Nur ein Schläger. Er kommt, sagen wir Bigfoot einfach. Keine Ahnung. Bigfoot. Think about it. Big Joe. Bigfoot. Woah. You might be on to something. They both smell. Sticky. Big Joe. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yeah, we'll have something. It's kind of a mystery. Hey, pipe down back there. Enjoy the scenery for a change for fuck's sake. Wo fahren wir überhaupt hin? Wir wissen immer noch nicht, wie die Folge ist, möchte ich auch mal kurz sagen. Bislang steht dann noch nicht Life is Strange 2 und... Ach, jetzt steht da. Life is Strange 2 Episode 3 Wastelands. Alles klar. Wie kann man Wastelands jetzt schön auf Deutsch übersetzen? Ach, Ödland. Genau. Ich hab grad überhaupt nicht am Fallout gedacht. Alter. Oh. Wenn wir eingreifen, wird Daniel auch irgendwann eingreifen. Das weiß ich. Deswegen muss ich schlau handeln. Sorry. Wir müssen schlau handeln. Wir müssen... Wir müssen schlau sein. Komm schon, Sean. Wir werden bald sein. Genau. Pass schön auf, sonst revidiere ich meine Meinung irgendwann später. Ich hoffe, die bereut es nicht, dass wir nicht eingegriffen haben. Und das ist das Bild von der zweiten Episode am Ende, was wir gesehen haben. Aber guck mal, hier wird Glas angebaut. Glaubst du ja nicht. Ja. Ich muss zwei Teams heute. Finn, Penny, Anders. Und was ihr Name wird die Messer aus dem Strom. Ja. Die resten werden Sie sitzen und trinken. Girls gotta sitzen in der asses, weil die Mälen sind draußen? Ja, right on. Ja. Ich will, ich gehe auf ein paar Sachen all over der Camp. Hey. Wanna trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Ja! Ich geh zu gehen. Hey! Uh uh. You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work in the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah. You heard the man. Stop fucking around and get in your teams. Alright? Okay. Warum müssen wir jetzt da bleiben? Hm. Ach, doch nie. Remember. I'm only letting you and your brother work here, because Finn put in a good word. I know. We've really appreciated it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up. You're both gone. Hey. Look. I'm not trying to bust your balls. But this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh. Uh. Nine. He's nine years old. Geez. Tough age. Gotta keep a close eye on him. Not my business, but you got kids? Yeah. My daughter. Twelve years old. Do you get to see her? Not often. But she needs the money I get out here. Okay. I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. Alright. Thank you. Ohne Witz. Der erinnert mich an... Ich komm grad nicht auf seinen Namen. Den von Breaking Bad. Dem doch diese ganzen Geschäfte da gehören. Diese... Chicken... Nug... Chicken Nuggets. Nee, aber ihr wisst was ich meine. Hier, wie heißt er? Ähm... Hey. Ich überleg die ganze Zeit. Gustavo Fring. Ja. Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So... Get on it. Okay. Okay. Alright. Alright. We good? Eh Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay. I gotta make some calls. Well? What are you waiting for? You know the drill. What? Dude. You're such ass. I feel like I'm in prison. I know. I hear you. But we're not. This is just our job man. We have to follow Merils rules. Merils? Now. Especially you. What do you mean? He's not into having kids around here. So don't give him any excuse to get pissed off. Yeah. You never know with Meril. He can be cool, but scary when he loses his shit. Thank you Cassidy. Okay. Geez. I'm not doing anything bad. I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. Yeah. Shut your mouth and give me some quiet. For fuck's sake. Okay? Well why are you stuck around here? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. Alright man. Just pick a butt and get to it. Lol. Wir arbeiten jetzt sehr ernsthaft lol. Warte, benutze A und D? Shit. Hä? Hä? Warte mal. Alter, das wird immer kleiner. Oh. Okay. Jetzt weiß ich wie's geht. Holy shit. Okay. Aber sowas find ich... Sowas find ich cool. Ich müsste erst gucken wie das geht. Mann. Guck mal, schau auf diese Öffnen. Oh, das ist nichts. Wir kriegen eine Menge hin. Warte, wir haben jetzt 2 oder 3 lb per day. Wow. Das ist viel. Ja. Ich musste auch immer mehr arbeiten. 15 Stunden lang. Ja. Ich musste noch kleiner werden. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Ich muss hier sauber halten, um infizienzig zu sein. Sinzparty? Alles klar, wir arbeiten einfach mal. Ich finde das hier gerade mega cool. Irgendwie, irgendwie oder irgendwie nicht. Alter, aber das wird auch so heftig. Das wird immer kleiner. Das wird einfach immer kleiner. Ich weiß nicht, was da oben rechts, links steht, meine ich. Junge. Junge. Hä? Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Ich konnte gar nichts auswählen beim Sagen. Ich konnte gar nichts auswählen. Okay, ich muss nur nicht säubern. Alter. Wir haben aber schon vier geschafft. Jetzt geht es mit D los. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts sagen. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann nichts auswählen. 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 Dann bin ich glücklich, dass ich hier bin. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Komm schon. Es ist nicht so schlecht. Es ist nur... Es ist nur ein Mist. Ja. Es ist aber auch echt hart. Ja. Es ist nur ein Mist. Aber ich kann nicht wirklich. Ich kann nicht so richtig. Wenn du deine Finger abholst und woher gehst. Cassidy, wir haben es über und über. Okay. Komm her. Du willst nicht hier sein? Gib mir mal eine Pause. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Ich kann nichts auswählen. Ich versuche. Was ist mit Moulesiana? Sie muss so schön sein. Es ist das alles. Okay, Mann. Ich würde gerne in New Orleans besuchen. Ja. Schau dir die Voodoo-Shops und die Blues-Bands. Das wäre cool. Ja. Bitch, bitch, bitch. Niemand macht euch die Babys hier. Kein Problem. Ihr seid alle das gleiche. Cool. Lass uns ein Trimmigranten sein. Und du hast nur noch ein Monat gearbeitet. Das ist mein Leben. Komm her. Es ist immer etwas. Alter, das war ja überall hier in letzter Sekunde. Wie können die so viel haben? Oder ist das eine Täuschung? Ja. 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 Ich habe meine Arme wie jeder anderen. Aha. Nichts. Du hast immer eine Entsache. Oh, es ist 4.20. Hey Sean, lass uns reden. Oh, mein Arm klingt. Wah, wah. Oh, wir haben sie jetzt schon da geschafft ey. Stift? Was ist das? Neues Souvenir erhalten. Cool. Wir haben ein neues Souvenir. Ein? Stift einfach nur. Okay. Cool. Komm. Nummer 10 schaffen wir noch, oder? Also die 10 sollten wir locker schaffen. Woher redet ihr eigentlich? Wir müssen ja arbeiten. Arbeitet da einfach mal. Dann werden wir hier alle schneller fertig. Oh. Oh. Hey. Everybody chill. Let's not get... Sean, step back. Nein, ich habe mich da nicht raus. Just grow up, Cassidy. Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Ja. Wir haben die 10 geschafft. Alter, ist das krass. Ich kann doch nicht sauber machen. Shit. Alter. Das ist aber auch echt hart. Oh. Das ist so konzentriert. LOL. Was ist... Was ist los? Hannah, sorry. Ich weiß. Hey, ich will nicht kämpfen. Es ist eine lange, schreckliche Woche. Just keep it fucking down in here. Okay? Ich habe 10 geschafft. Ich bin zufrieden. Jetzt kann ich nicht mehr weiter machen. Das finde ich gerade schade. Was passiert da gleich? Hm. Okay. Hm.